so leute ich wollte nur sagen es kommt jetzt bei der let's play von call of duty black ops 3 mit dem felix am start und wir werden ja noch kennenlernen das ist nur ein kleines info video ich habe vorher schon mal etwas gemacht das wurde aber leider gesperrt um ja wohl sagen jetzt noch ein video und ja hau zu rein und bis zum let's play ciao